Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Program-Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Black Randomizer Nuzlocke Challenge. Heute treten wir die erste große Hürde an. Die erste Arena. Ich musste noch kurz ein paar Programme schließen. Ich hab noch ein bisschen, aber ich will auch Geld aufheben, weil nach der Arena werden Super-Items verfügbar sein. Wir sind am Start mit Queendra, Lorbeere und John Cena in unserem Team und werden hoffentlich heute hier erfolgreich rausgehen können. John Cena darf sich mal beweisen. An sich, es ist nur die erste Arena, meine Level sind eigentlich ziemlich gut, aber die erste Arena war bei mir in diesen Runs wirklich... Ich glaube, ich hatte einmal ohne einen Legi. Und da war dann trotzdem nicht gerade leicht. Leicht. So. Hier das Rätsel einfach, was ist sehr effektiv. Komplett Standard. Schafft eigentlich jeder, der sich irgendwie auskennt. Easy. Okay, und der erste Gegner ist zwar vielleicht nicht gerade vom Matchup her perfekt. Oh, das Level auch. Hier ist das Level auf einmal schon ziemlich hoch. Oh, und John Cena verfehlt die erste Attacke hier im Team. Das macht keinen guten Eindruck, Junge. Und dann trifft er zweimal. Ich merke schon, ich und dieses Razzard werden keine Freunde. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du musstest bisher ein Geweier bekämpfen. Und hast mich jetzt schon enttäuscht. Aber es war nur ein Geweier. Von daher hat's letztendlich ganz stabil hingehauen. So, das ist noch nicht der letzte Trainer. Normale. Vor der Leitung. Das Ziel ist auch auf jeden Fall heute wieder ein neues Team-Pokémon auf der nächsten Route zu bekommen. Eher gesagt, im Dream Yard. Ach, komm doch mal. Das Ding ist ein Geist-Typ. Das kann John Cena nicht angreifen. Also, ich sehe hier sofort, dieses Razzard wird nicht gerade mein Lieblingsteam-Mitglied. Hier, nimm dir da ein Beispiel. Lorbeere, ganz, ganz simpel. Äh, komm, also komm. Das Ding dürfte sogar ziemlich heavy sein. Normal-Typ dürfte relativ heavy sein. Das ist ja wohl was für dich. Ja, crit! Sehr schön. John Cena, so geht das. Kriegst auch gleich 2 Level. Ich bin aber der Meinung, dass die Attacke Low-Kick allgemein ziemlich gut ist. Weil Kampf ist ja, ähm, vor allem gegen Stein eine sehr gute Sache eigentlich. Gegen Stein und Stahl. Oh, wir sind doch schon beim Arena-Leiter. Ich dachte, es gäbe noch einen Trainer hinter der Tür. Dann gehe ich einfach auf, heige mich jetzt nochmal heilen. Weil Stahl und Gestein haben beide eine Kampfschwäche. Und dann gibt's eben Low-Kick. Was, je nach Gewicht, je mehr der Gegner wiegt, desto mehr Schaden macht's. Und so, ähm, für Eis eigentlich dasselbe. Pokémon, die diese Typen haben, wiegen eigentlich immer ziemlich viel. Einfach weil es sind Felsen oder Eisklumpen oder sie sind aus Metall. Ne? Ergibt Sinn. Ich hatte aber überlegt, ob wir heute die Folge nur der Arena geben. Aber jetzt, wo wir nach unter 5 Minuten beim Arena-Leiter sind, ist der Gedanke ja wohl auch. So, wer es nicht weiß, das sind eigentlich 3 Typen. Und man kämpft hier je nachdem, welchen Starter man gewählt hat, gegen den, der den starken Starter... Der, der den starken Typ gegen einen hat. Der Typ ist Feuer, weil mein Queendra an der Stelle war, an der eigentlich Wasser... Äh, nicht Wasser, Pflanze war. So, Noelle. Ein Frigling-Ober. Zwei Pokémon. Und es beginnt so gut für mich, komm! Wir machen hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt, die Arena wird easy. Aber ich bin offensichtlich ja auch doch nicht so overleveled, wie wir hier sehen, ne? Ich mein... Ja, das Ding wiegt halt nix. Ich mein mit... Der hier ist auch nicht niedriger als ich. Was mich bei ihm aufregt ist, wie macht das so viel Damage? Nein, Alter! Und es geht daneben! Digga! John Cena! Wenn er mich nächstes Mal crittet... Du hättest einfach nur öfter treffen müssen! Äh... John Cena! Du bist eine... Enttäuschung! Ja, wegen dem... Bullshit, den... Das bringt dir auch nix! So, erstes Pokémon down! John Cena hat enttäuscht! Du verdienst dir diese Erfahrung nicht! Okay, das ist an sich kein so schwaches Pokémon, aber schwächer als das, was ich von dieser Arena in meinen Randomizer Runs gewohnt bin. Und es hat ein Problem gegen Queen-Draw. 14! Ihr seht es mit den Leveln! Sag mal, warum benutzt... Der Typ mit allen Pokémon die ganze Zeit die Attacke? Das kann auch nicht seine normale Taktik sein. Normalerweise haben seine Pokémon das nicht. Ja, und das war jetzt das Verkokel. Kein so krasser Auftritt. Es kommt nun mal von der Krassheit nicht an seine Vorentwicklung ran. Nicht im Ansatz. Und damit... Der crit, Alter! Damit ist der Kampf zu Ende. Die Arena ist geschafft. Und Queen-Draw kriegt Fett-Level. Und was haben wir... Nein. Was haben wir aus dieser Arena nun gelernt? John Cena kann nichts. Ja, aber ich glaube, ihr denkt echt, ich labere hier. Aber normalerweise die Arena... Letztes Mal zum Beispiel war der Kampf unfassbar knapp. Ich habe irgendwie sieben Minuten im Arenaleiter-Battle gesessen. Hätte irgendwie dreimal fast ein Pokémon verloren. Mit einem KP auf einmal überlebt. Stockpile. Ist das, ähm, Horta? So oder so. Absolut. Das ist wirklich unlucky. Die TMs sind, wie ihr merkt, gerandomized. Und es hätte viel besseres gegeben als das. Und hier ist jetzt wieder Zeit. Maximum Overdrive! Die labert nämlich ganz schön viel. Bis sie mir dann gleich Zerschneider gibt. Wofür ich mir einen VM-Sklaven fangen darf. Das ist hier... Hoffentlich sind wir uns einig. VM-Sklaven sind erlaubt. Ich habe eingeschaltet, dass jedes Pokémon jede VM erlernen kann. Von daher ist es auch ziemlich einfach, an einen zu kommen. Auf Deutsch brauche ich einfach irgendein Pokémon. Wobei man sagen muss, dass Cut wahrscheinlich im Moveset... Äh... Ja, jetzt wenn... Ich meine, ich werde noch einen VM-Sklaven irgendwann brauchen, aber... Für einen Moment... Muss ich tatsächlich sagen... Ich hole mir keinen, weil Cut... Im Moveset einfach... Ähm... Für John Cena! Der hat ein grottiges Moveset! Der Brauch gefühlt jetzt Zerschneider, weil das einfach für ihn jetzt gerade ein sinnvoller Move ist. Aber trotzdem kehren wir auf die vorige Route zurück. Außerdem gab es da auch nicht so Pokémon, die so passend wären als VM-Sklave. Also... Okay, in meinem letzten Run, äh, habe ich... Als ich VM-Sklaven gejagt habe, irgendwie... Äh... Erstmal vier Giratina-Encounter, aber... So, Random Item, Nummer eins. Nicht unbedingt das, was man sich erwünscht. Zwei Bären sind das. Das könnte jedes Item sein. Die ist zum Verkaufen. Die kenne ich nicht. Die ist gar nicht mal so... Kacke, das sind anscheinend beides sehr seltene Bären. So, aber dann gehen wir jetzt auf In-Dream-Yard, wo wir bekanntermaßen ein bisschen uns mit der katholischen Kirche prügeln werden. Und anschließend einen weiteren Encounter haben. Wir nähern uns auch der Stelle, an der eigentlich all meine privaten Runs zu Ende waren. Ist schon relativ bald, hui... Nervt mich. So, wir sollen hier jetzt so komischen Rauchnebel von Pokémon finden hier. Das Pokémon, das ganz zufälligerweise hier steht. Aber jetzt ganz zufälliger... Aber jetzt ganz zufälligerweise... Kommt die katholische Kirche und will sie auch pflaxen. Ja, kein Kommentar dazu, Hemd. Einfach drauf treten. So, ab geht's. Katholische Kirche, Tag 1. Ich hoffe jetzt nur, dass die die Regeln nicht brechen, dass es im Moment Ausnahmen gibt. Weil die waren eigentlich nie ein Problem in meinen Runs. Und dieser Run ist ja eigentlich komplett... Ne, was labert. Dieser Run ist ja in vielen Formen sehr anders als die anderen. Deswegen hoffe ich, dass sie trotzdem bleiben, wie in den alten Runs. Und schön, One-Shot. Ich hab das Gefühl, John Cena ist hier wirklich so drauf. Entweder der kriegt nichts geschissen... Oh! Oder er geht ab. Ein Easy-Kritz. Und hat halt stabile Stärke. Das war Mann-Max. Oh mein Gott. Ich kenne auch einen Max, weil ich bin manchmal nicht so sicher, ob mein Mann ist. Oh mein Gott. John Cena. Ich hab euch ja schon erklärt. Low Kick wegen Stahl und Gestein, was häufig sehr schwer ist, hat beides mit Schwäche. Jetzt haben wir hier ein unfassbar schweres Stahlgein-Pokémon vor uns. Keine Chance. John Cena zerstört entweder völlig oder versagt völlig. Und hier gegen die katholische Kirche war es die erste Option. Beide Gegner gewonshottet. Ja, die machen trotzdem weiter, aber dann kommt Jesus Christ und sagt ihnen, Alter, Alter, ich find das... Nee. Und dann ist Jesus Christ weg. Dann kommt Embryo, seine Oma. Da ist die Forscherin und die beiden lassen zufälligerweise ein Item zurück. Wir müssen leider gleich auch nochmal zu der, damit die uns die Online-Funktion geben kann. Sicher in der Randomizer. Aber jetzt zum wichtigen Abschnitt. Zu dem Punkt, warum ich am ehesten hier bin. Erstens gibt's hier ein paar Items, die alle gut sein könnten. Um die ich mich auch gerne zuerst kümmern würde, um die Spannung auch recht zu erhalten. Und einen Encounter. X-Genauigkeit. Da hinten ist eine Treppe. Ich weiß ehrlich gesagt, irgendwann später im Spiel wird die wichtig, aber ich hab keine Ahnung wann genau. Da unten ist noch ein Item und hier ist ein Item. Drachenzahn verstärkt Drachenattacken. Wenn Queendra mal welche lernt, ist das definitiv eine Option. Und wir haben alle Items von Toxic Orb. Ist competitive oft sinnvoll. Ich drehe mich weg. Der Ruf klingt nicht so gut. Ist er auch nicht. Das sieht aus, als wären die Leben eindeutig unter der Hälfte, aber der Balken wäre trotzdem grün. Ich sag so, ich würd's mitnehmen, aber... Da macht auch keine Probleme. Bloß kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass es in diesem Team wirklich nur so ein bisschen billiger Ersatz wird. Oder in riskanten Situationen, wenn ich Pflanze brauche und einfach sozusagen Stunt-Double für Lorbeere. So, aber wir hatten ja schon häufiger bestimmte Pflanzen-Pokémon in Randomizers. Die hießen immer Weed. Das ist Weedy. So, Rahmen überarbeitet. Maske sitzt wieder. Was kannst du? Zum Glück ist es nicht so niedrig gelevelt, damit's schnell wird. Es kann so viel, wie's aussieht. Ich würd nur kurz gern sehen, was es hier noch gegeben hätte. Ja, auch nicht wirklich besser, wenn wir ehrlich sind. Ich stelle mal Weedy nach vorne, bis das nächste Muschas besiegen wir. Gibt es auch irgendwann eine Route ohne Legendäres? Aber ich muss sagen... Ich wollte den Typenvorteil nutzen, aber dann hat's mein Taiping kopiert. Aber... Wieso gibt's auf jeder Route? Ich kann mir eigentlich immer denken. Ich mein, auf der... Wir hatten bisher drei, äh, Orte, an denen wir Pokémon fangen konnten. Route 1 hätten wir Lavados bekommen können. Route 2 hätten wir Latias bekommen können. Dream Yard hätten wir Mew bekommen können. Was ist denn das? So, wir holen uns kurz das komplett Unnötige da ab, was wir nicht brauchen. Ich bin los. Ich gehe jetzt hoch. Oh, es ist so toll, wir haben jetzt Internet. Internet. Der Text geht zum Glück so schnell, da kann ich's mir leisten, auch hier falsch zu drucken. Yay. Merb mich. So, das musste ich machen. Ich gehe kurz zurück, um... Äh, ganz schlaue Frage. Ja, ich war im Pokémon Center. Ich mein, hier rennt Latias rum. Ähm, das hier will ich. Hier rennt Latias rum. Ein Psychotyp. Legendär, bringt viel Erfahrung. Du bist kein Latias. Das wäre halt, äh, nicht gerade schlecht als, ähm, für ein, zwei Trainingsrunden, hier für Weedy mit seinem Biss. Genau du, von dir rede ich. Weil, wie ihr sagt, wir haben Biss, das Ding ist schneller. Wird aber nicht so viel machen, denke ich. Hörtlich. Mehr als ich dachte. Aber Biss ist ein One-Hit. War jetzt ein Crit, aber... Ich will jetzt zumindest mal ein Level hochbringen. Aber... Aber... Ah, das Ding... Das Ding ist nicht unbedingt stark. Weedy aber auch nicht. Das gibt's ja auch noch. Also gut. Wie viel Damage machst du? Oh! Das war wirklich unerwartet. Übrigens, was wir auch machen könnten. Andererseits, man kann VMs nicht einfach verlernen. Ich wollte grad sagen, dass wir ja zumindest für's erste, ähm, Zerschneider ins Moveset mähen können. Ich glaub, das Ding würde ganz gut erfahren, Gönan. Äh... Oh, Alter! Wie macht mehr Damage als ich eingeschätzt hab, hab ich das Gefühl. Ja, die Erfahrung ist aber nicht so toll. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich... Ja, auch so noch was für sie krieg. Kingler an sich kann das vermutlich auch nicht so viel machen. Egal, Weedie! Weedie ist anscheinend offensiv krasser als ich dachte. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich innerhalb von zwei Folgen mal von einem Razav in meiner Randomizer völlig enttäuscht wieder. Oh, Wine Whip! Jawohl! Aber von einem wenn du fliebest positiv überrascht werde. Ja gut! So, wir können auf die nächste Route. Die Sache ist die, wir müssen auf jeden Fall einen Doppelkampf und einen Rivalenkampf bestreiten, bevor wir das nächste Pokémon fangen können. Aber trotzdem würde ich das gerne heute noch versuchen. Noch einen Encounter heute zu bekommen. Die letzte Folge war ja auch ein bisschen kürzer. Wir haben hier, wie ihr seht, jetzt Ziemlich teure Super-Items. So, hier das alles lasse ich sein, wie es ist. Vielleicht gäbe es irgendwo ein Item, aber hier auch aufpassen. Bei denen habe ich schon mehrfachen Pokémon verloren. Ja, Lorbeere ist, denke ich, da andererseits, ich will jetzt nicht irgendwie reinrennen in zwei Feuer-Pokémon oder so und hab dann nur Pflanze vor. Mit Doppelpflanze dieser Run ist zu Ende. Was? Ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Ich sag gerade noch, die sind in der Regel meistens relativ gefährlich. Zappt das ohne Ohr? Jawohl! Ich kann eigentlich nicht auswechseln. Dieses Duo kann jedes Pokémon in meinem Team sehr effektiv treppen. Mit entweder Flug, Feuer oder Elektro. Ich würde am ehesten versuchen, Ho-Oh erst mal wegzubekommen. Das nimmt kein Damage. Ja, Flug tötet alles, was ich habe! Wir können in dieser Runde Ho-Oh besiegen, wenn wir Glück haben. Wenn es einen Moment gegeben hätte, in dem du häufiger hättest tippen müssen, ich glaube, John Cena ist tot. John Cena! John Cena! John Cena! Du bleibst greifst an. Die Sache ist... Ich weiß nicht, ob es überhaupt Elektroattacken beherrscht. Deswegen ist Queen 3 eindeutig sicherer als Loreblood. Und das macht nicht viel, wie man sieht. ich glaube das gerade nicht. Schaffen wir diesen Kampf ohne Verluste? Ganz entspannt. Ich meine, ich werde zur Sicherheit switchen auf Lorebeere, aber hier, Queen 3 ist am schnellsten. Queen 3 ist am schnellsten, oder? Nee, nee, ist es nicht. Oder doch? Doch, ist es ja! Ich schwöre euch, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir aus diesem Kampf ohne Verluste rausgehen. Digga, es war jetzt... Oh mein Gott! Und ich will nicht wissen, was hier genau falsch gelaufen ist, wenn die die Trainerklasse Vater und Mutter haben. Ich denke, mir ist es verziehen, dass ich zurückrenne, um mich zu heilen. Wirklich, ich hätte nie im Leben erwartet, dass wir diesen Kampf ohne Tote überstehen. Weidi und John Cena. Oh mein Gott! Bloß wäre es letztendlich vermutlich schlauer gewesen, früh auf Queen Dra zu wechseln. Andererseits hätten sie ihre Attacken dann nicht aufgeteilt und es wäre vermutlich Weidi gestorben. Wer weiß, vielleicht war es letztendlich tatsächlich so klüger. Ich gehe jetzt doch mal hier hin für Items. Dankeschön! Ansonsten kann ich hier anscheinend obwohl unsichtbare Items gibt es ja auch. Aber nicht hier. Oh mein Gott, Alter, ich bin gerade super überrascht, aber sehr, sehr glücklich. dass wir das so hinbekommen haben. So, wie bereits angekündigt, gibt es hier noch einen Rivalenkampf. Nachdem ich die zwei Kleinkinder besiegt habe, habe ich vor dir keine Angst mehr. Cooles Pokémon, da sah ich nichts gegen. Zeigt mir gerade auch nochmal, dass ich wirklich mal einen Feuertypen im Team bräuchte. ja, jetzt werde ich hier mit dem Treffen ganz große Probleme bekommen, weil das Ding Sand-Attack spammt. Was ist mit dir los? Brüder! Das Ding macht fuck viel Damage. Es geht nochmal auf Tail Whip. was ist hier das stärkste Karate Job maybe? Das Ding haut meine Verteidigung ganz weit runter. Ach, das macht nichts. Digga, wenn der so weitermacht, habe ich wirklich Angst, dass John Cena hier von einem Tackle down geht. Die Attacke hat eine hohe Crit Ratio. Und jetzt wird er wieder ganz ekelhaft. Oh mein Gott! Man muss ehrlich sagen, der Typ die zwei Kinder gerade hatten unfassbar kranke Pokémon. Aber dieser Typ spielt es einfach ekelhaft. Okay, der Crit war wichtig. Beatle Damage. Digga, gebt euch das! Was ist mit diesem Volley Purber? Das war's aber. Boah! Also hier geht's jetzt am Ende der Folge schon noch ab. John Cena kriegt ein Level X viel! Seemob! Seemob! Es kann theoretisch vermutlich schon eine Eis Attacke, aber ich denke, das schafft Lorbeere. Seemobs war mal mein Starter in einem Run. Ich hätte auch gern wieder eins. Wobei es halt einem Wasser Typen nicht so gut reinpassen würde im Moment. Es lebt. Also wenn du willst, dann mache ich's nochmal. Dieses Volley Purber ist aber abgegangen. Boah, hier ist im Moment echt nicht gerade wenig los. So, jetzt kommt hier eine Story Szene. Oh nein, dem Kind wird sein Pokémon von den Typen, die wir gerade durchlaufen lassen haben geklaut. Und ich bin so pussyhaft und renne schon wieder zurück. Die Kämpfe gerade sind unfassbar krank. Und dann holen wir uns zum Abschluss der heutigen Folge noch einen Encounter. Der dann bis zur nächsten Folge in den Rahmen hinzugefügt wird. Außer natürlich wir kriegen ihn nicht. Aber da hoffe ich nicht drauf. Und vor allem wenn ich zurückdenke, soweit ich weiß, war doch der einzige Encounter, den wir in diesem Let's Play noch nicht bekommen haben, derjenige, der meinen ersten Run beendet hat. Damp Rock Rock bringt Macht. Ja, wirkt nicht so sinnvoll für mein Team. Der Ruf wirkt schon wieder nicht unbedingt gut. Obwohl, es ist halt mit dem Typen, ne? es ist halt mit den Typen. Ja, schön, mach das noch, damit ich wirklich relativ sicherlich nicht töte. Es ist mit den Typen halt so wieder diese Übereinstimmung. Das ist auch meiner Meinung nach eine der größten Probleme in Randomizer Nasslogs. Schade. Das ist eins der größten Probleme in Randomizer Nasslogs, meiner Meinung nach. Dass man wirklich nicht diese Coverage hat, wenn man Pech hat. Ich mein, ihr merkt's. Och, komm, komm doch nicht immer nach dem dritten raus. Ihr merkt's, ich wasser. So irgendwie flug ist da wirklich ganz schlimm für mich. Ach, jetzt nerv mich. Ich gehe das Risiko ein und gehe auf noch einen Biss. Es hat sie ja auch jetzt gerade seine Defense mehrfach geboostet. Ich könnte theoretisch auch einen Superball werfen. Werde ich auch, wenn der hier nicht passt. Ich denke, im Superball wird's schon drin bleiben. Aber der hier reicht. Sehr schön. Äh, wie nennen wir das Ding jetzt nur? Das Aqua Rabbids Pokémon. Okay, wenn wir kein Leerzeichen machen, ich schau das ist nun Okay, ich bin zufrieden. Die Sache ist, Leute, es wird wahrscheinlich auch wieder irgendein Lege gehen. Aber für die heutige Folge sind wir definitiv am Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch diese unfassbar spannende Folge der Randomizer Naslock gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein Lasten Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Moveset Naja. Ja, das ist halt scheiße, die Fähigkeit, die Feuer und Eis schwächer macht. Bei einem Pokémon, sowieso schon Resistenz dagegen hat. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao.